Bis das letzte bisschen Leben aus ihm gewichen ist. Und dann verschluckt sie ihn. Sie schafft das, indem sie ihren Unterkiefer ausklingt. Im Anschluss wird sie sich zum Verdauen in den Sumpf zurückziehen. Eine Beute wie diese wird für einen ganzen Monat reichen. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020